Die Bresche. Der FIFA Dungeon Keeper. Die Bresche ist eine vacuöse Art. Er wird seine Truppen in deinem Dungeon ohne Strategie oder Ordnung geben. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass Sie die Bresche für deinem Dungeon lernen können. Aber um das zu tun, braucht man erst eine Bresche. Öffne die Beine des Weges und sie jetzt entlocken! Ich weiß, ich kann das wahrscheinlich alles raschen, aber ich will halt schon das Spiel erst mal akzeptabel mitnehmen. Unlock die Bresche in den Weinen des Weges. Build one now and your minions will be happy to create defenses für die Dungeon. Ach komm, ich brauche hier ein bisschen was zusammen. Komm hier mal jemand. Um deine Dungeon zu planen, warum nicht das Prophecy Spell benutzen, um die Flüge der Krieg zu entfernen und die Umgebung der Flüge zu entfernen. Okay. Die Prophecy wird zeitlich die Flüge der Krieg in einer kleinen Umgebung entfernen, um dich zu entfernen und auf deinen Feindern zu spüren. Wenn du so viel Platz hast, das ist echt krank. Du kannst keine vernünftigen Sachen bauen. Okay, bis zum Portal könnte er jetzt selber kommen. Seh ich schon. Seh ich schon. Für den Dungeon im normalen Dungeon drüber. Die Flüge der Krieg werden, die Flüge der Krieg zu entfernen. Die Flüge der Krieg, nach dem ersten fünf, wird die Flüge 50. Die Flüge können nur die Flüge in deinem eigenen Geburt. Du brauchst einen Archiv und Kultisten, um diesen Artifakt zu recherchieren. Achander hat in dein Dungeon. Attraktiv von der Foundry, dieses Gassi-Creature wird glücklich den Fettig-Contenten des Stomachs für die Flüge zu attackieren. Deine anderen Minionen würden gut sein, um ein paar Schritte zurückzunehmen. Deine Arbeit können auch ein paar Schritte sein. Deine Arbeit können auch ein Mindless Bunchen sein, und werden weiterzunehmen die Flüge der Krieg, bis sie sie andershert. Use Impasse-Flags, um ihre Bewegung zu verhindern. Impasse hat zwei Moden. Einer, um ihre Arbeit zu verhindern. Einer, um ihre Arbeit zu verhindern. Einer, um sie zu verhindern. Einer, um sie zu verhindern. Die Flüge über die Flüge über die Flüge über die Flüge. Um ein Impasse-Flag zu verhindern. Um ein Impasse-Flag zu verhindern, einfach eine Schlange. Einer, klick auf die Icon, um alle Impasse-Flag zu verhindern. Deine Minionen werden nicht geschlossen, Herr Herr. Verwärts ihnen die grundsätzlichen Raum, um sie zu verhindern. Ja, ja, ich arbeite dran. Du hast eine Gaitway erwähnt. Ein Chanda hat eure Dungeon entstanden. Dein Mercurium kommt hier hin. Das ist von dort zur... Ja, ich arbeite dran. Ne, mach das mal lieber weg. Die Tavern ist ein essenziales Raum, um ihre Minionen zu verhindern. Als sie in Level erhöhen, werden sie endlich rebellieren, wenn es keine Tavern gibt, um ihre Hunger zu verhindern. Und... Du hast die Perception-Tagler nicht ganz so cool an wie das alte Dungeon-Käfer. Aber es ist, da spielt auch noch sehr viel Nostalgie mit. So, ich brauch noch eine Taverne. Was mich ein bisschen an dem stört, der labert mich halt ununterbrochen zu. Klar, das kann ich wahrscheinlich auch weg machen, aber... So. Aber wir haben auf jeden Fall eine Menge. ist nix weiter zu sehen ok gold kommt rein das ist gut ja taverne fehlt noch aber ich brauche auch ein archiv pack mal hier die taverne rein zerschnippelt feind und zu häcksel und wird sie zurück sobald sie in den nahkampf bereich gelangen du kannst ihn deaktivieren und sie verbleiben ich meine die überklären ok ja scheiß ich was andersrum haben wird damals hier die riesige bibliothek dann könnte ich da bis auf dem rauslaufen hier rein und alles vollkotzen da freuen sich die magier warte mal noch mach mal ein bisschen was hier so komme ich komme ich daran glaubt es muss auch noch im sinn haben macht mal ach ich bin so blöd wo soll der sein das ist ein artefakt hauptsache ich komme daran ich würde lieber hier platzieren tatsächlich geht das nicht auch aus diesem platz vielleicht ich verstehe noch nicht so genau wie das funktioniert auf dem bereich nur kurz das funktioniert nicht aber ich kann es nicht bauen mehr scheint hier nicht zu sein klar da geht es hoch aber dieser klingelotus funktioniert ich habe keine ahnung ist doch mein bereich darfst du nicht bauen oder muss das rundherum das verstehe ich nicht mit dem fall ich meine hier ist auch der platz ich würde mich freuen wenn ich es platzieren könnte kann ich über die ein artefakt der jahre aktiviert der mood of your minions und drastisch reduziert der need to eat or sleep your units ich kann dir das scheiß ding aber nicht bauen hier egal wo ich auch überhaupt einbauen das ich kann dir die wachen ziehen hey bring mir sie um da ist noch eins ja ich kann das zeugnis bauen wo kann ich meinen namen ändern das habe ich nirgendwo gesehen was bringt das ach das muss das identifiziert werden das war das und heiliger boden und die ersten tot macht alles weg das ist der bauer also ja den geht scheiße er sollte einfach mal abhauen wenn die zu stark werden aber ich war gar nicht so schlecht ausgläubig sie kann nicht mehr so geil weg damit guckt dass ihr klarkommen das ist dann die sogar kurz das ist natürlich schlecht allerdings geht es trotzdem langsam drauf ja er hält nicht mehr lange durch und er kriegt ständig messer ja kann ich jetzt schon teilen machen die das von der entfernung die heilt sich ja ständig doch mehr schaden muss stecht die doch einfach mal ab du rennst da vielleicht nicht hoppla rennt auch da einfach nicht rein wo sind meine ganzen minions was machen die gerade die ganze zeit gibt es auch noch im weg tot ich glaube wir brauchen sogar kurz ein bisschen erholung machen kann ich gar nichts hier alles gesperrt wurde das artefakt schon untersucht noch eins was machen meine linien auf sie müssen auch irgendwie also es kann nicht sein dass jetzt nichts zu tun haben hier ist doch haufenweise gebiet könnt ihr das nicht holen das ist nicht vereinigert er soll ins bett gehen geht doch einfach als ob ihr für probleme die am weg gehen und probleme sorry aber ich bin kein kinder mit solche wissen was die dinger können wahrscheinlich gibt es erschienen das in 15 minuten zu schaffen wäre vielleicht möglich da muss ich aber schneller arbeiten ihr habt ihr ein artefakt von gold aktiviert um eine große Menge gold für eure Volk ja das ist irgendwie doof ihr habt ihr ein artefakt von experience aktiviert um das level von all your minions von einem ich habe jemanden ayd books erfargent du siehst wie du bist das lle ich Ein Minion ist nicht glücklich, weil sie noch nicht schlafen hat. Okay, sie haben sie übrigens geholt. Ich hoffe, dass die Kultisten mal so die Reihe kriegen, macht mal die Dinger kaputt. Das ist echt traurig. Boah, die heilen sich echt schnell. Auf und euren scheiß Flüchen, greift das Ding doch einfach ran. Ihr lasst euch halt einfach nur... Possession will allow you to inhabit the mind of a Minion. Allow you to see through their eyes, control their movement and activate their abilities. Don't worry, Underlord. You'll soon get used to this. Now you can control your Minion's movement with the W, A, S and D keys. And change their unique quickbar abilities using the number keys. Left click to use their current ability. Push the escape key to end possession. Magnificent Heart of Darkness! Macht euch da durch! Nur noch Kultisten! oli wieder Die Hände Eigentlich werde ich die leicht kaputt machen, einfach nur die Sehne durchschneiden und fertig. Vorteil gegenüber dem alten Dantiebber, die kriegen Erfahrung, auch wenn ich sie spiele. Beim alten warst du zwar stärker, aber du hast halt keine Erfahrung gekriegt. So wie er es ist. Also die Tür ist schon stabil. Woran kämpfen wir ja gerade? Aber wenn wir noch ein Training brauchen. Achtung, sicher für Gesundheit. Die erkunden auch nicht selbstständig. Achander ist unhappig, weil es nicht bezahlt wurde. Sein Problem. Moloch. Stefan Richter. K- Tache die Bidest Eder. Use mich als du willst. Destroy the inhibitor swiftly. Es liegt offen und nicht gespeichert, aber für den odiessten Blackguard. Eeeeee. Oh, der hält ein bisschen was aus, glaube ich. Was ist mein Problem? Ich kann auch heilen, sich gerade. Ja, das ist schon scheiße, wenn man alleine ist, hä? Ja, das ist schon scheiße, wie du siehst. Das ist nicht einfach, wie du siehst. Das ist nicht einfach, wie du siehst. Ja, das ist nicht einfach, wie du siehst. Der Siedlung hat nie so sehr süß. Ich fühle mich nicht, wie du siehst. Ich fühle mich nicht. Ich fühle mich nicht. Ich habe nicht gedacht, dass es klappt, aber wir haben sie doch ganz gut getötet. Ach, das scheiß Ding weg. Ich bin nicht zufrieden mit den Kultisten. Die gefallen mir nicht so. Das macht schon mal was kaputt, Mann. Das macht schon mal was kaputt, Mann. Dann führ ich nicht so hin. Das sieht halt viel, viel mehr aus, plötzlich. Aber jetzt könnte er kinder sein. Aber jetzt könnte er heimgehen. Superblich erzeugt. Bevor wir weitergehen, muss ich euch warnen, der nächste Inhibitor kommt mit einer unbezüglichen Überraschung. Beide Arbeit, Unter-Lud. Jetzt, dass Otheland und seine Kronen ein gehydrateter Papier sind, gehen wir weiter mit unserem Anfall und den finalen Inhibitor zu zerstören. Aber trotzdem sind sie 13 Missionen.